Das Eigenhalt war schon mega geil eigentlich. Ja, war ein krasses Gewöhn. Ja. Aber schneller wieder weg. Sehr gut. Es wurde erst mal ausgegeben. Oh, das war richtig toll. Ich bin eine Handtasche shoppen gegangen und die war so übertrieben teuer, die würde ich nie wieder kaufen. Aber das habe ich beim ersten Geld gemacht. Das war ein richtig cooles Gefühl. Ich habe es nicht sofort ausgegeben. Ich habe mir gedacht, so, das ist jetzt neue Schutte in meinem Leben. Ja.